Bhagavad Gita, Vers 3.22 O Sohn Britas, in allen drei Planetensystemen gibt es keine Arbeit, die mir vorgeschrieben ist. Es mangelt mir nichts, noch benötige ich irgendetwas, und dennoch bin ich mit Arbeit beschäftigt. Erklärung Der höchste persönliche Gott wird in den Veden wie folgt beschrieben. Tam Ishwaram Paramam Maheshwaram, Tam Devatanam Paramam Ja Devatam, Patim Patinam Paramam Parasthat, Vidama Devam Bhuvanesam Idyam. Nathasya Karyam Karanam Ja Vidyate, Nathat Samaschaipya Thikascha Rishyate, Parasya Shaktir Vivideiva Shuryate, Svabhaviki Jnabhala Kriya Ja. Der höchste Herr kontrolliert alle anderen Kontrollierenden, und von allen Führern, die über die verschiedenen Planeten herrschen, ist er der höchste. Jeder wird von ihm kontrolliert. Alle Lebewesen sind allein vom höchsten Herrn mit bestimmter Macht versehen worden. Er wird sogar von allen Halbgöttern verehrt, und er ist der höchste Lenker unter allen Lenkern. Deshalb ist er transzendental, zu allen materiellen Führern und Kontrollierenden, und muss von ihnen verehrt werden. Es gibt niemanden, der größer ist als er, und er ist die höchste Ursache aller Ursachen. Der Körper des Herrn ist mit dem Körper eines gewöhnlichen Lebewesens nicht zu vergleichen. Zwischen seinem Körper und seiner Seele besteht kein Unterschied. Er ist absolut. Alle seine Sinne sind transzendental. Jeder seiner Sinne kann die Funktion jedes anderen Sinnes erfüllen. Daher ist niemand größer als er oder kommt ihm gleich. Seine Energien sind mannigfaltig, und so werden all seine Aktivitäten in einem natürlichen Ablauf ausgeführt. Shveta Shvatara Upanishad 6.7-8 Da alles im höchsten persönlichen Gott in Fülle vorhanden ist und in voller Wahrheit existiert, braucht er keine Pflicht zu erfüllen. Wer auf die Früchte seiner Arbeit angewiesen ist, muss einer bestimmten Pflicht nachkommen. Doch jemand, dem es an nichts innerhalb der drei Planetensysteme mangelt, muss auch keine Pflicht erfüllen. Aber dennoch handelt Shri Krishna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra als Führer der Kshatriyas, weil die Kshatriyas verpflichtet sind, die Leidenden zu schützen. Obwohl er über allen Regulierungen der überlieferten Schriften steht, tut er nichts, was den offenbarten Schriften widerspricht.